Du bist weitergekommen als ich es je war. Finde den Vex-Kurator. Zerstöre ihn und birg den lebendigen Kot, der in seinen Kern eingewogen ist. Finde den Vex-Kurator. Die Vex-Signale in deiner Region zerstreuen sich. Sie ziehen ab? Ja. Mit dem Kern in deinem Besitz enthüllen sich uns die Geheimnisse der Vex. Wir könnten alle viel davon profitieren, solch ein Artefakt zu studieren. Aber uns bleibt keine Zeit. Meine Leute müssen weiterziehen, wenn wir überleben wollen. Nidrax. Ich sah die, die sich dir anschließen wollten, tot im Schnee liegen. Lass sie die Letzten sein, die fallen. Kommt. Finde Zuflucht in unserer Stadt. Du und deine Leute. Ikora Kell. Kannst du den Elixny so etwas anbieten? Das habe ich gerade. Ihr werdet unter dem Schutz der Vorhut stehen. Die Vex sind hier der Feind. Und jeder Lichtträger, der anderer Meinung ist, kann das mit mir ausdiskutieren. Dann akzeptieren wir. Mit Licht in unseren Herzen. Wir werden mit euch in der Stadt leben. Unter... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017